Jetzt habe ich ihn endlich, ein Schauspielstar hier am roten Teppich zur Miss Germany Wahl 2017, das Finale. Jo Weil, Schauspieler normalerweise heute Abend in der Jury. Erste Mal bei der Miss Germany Wahl dabei? Das zweite Mal ist es heute für mich schon. Ich durfte vor vielen Jahren schon mal, gehe heute also so ein bisschen vorbereitet in das Ganze. Und hast du die Mädels schon kennengelernt? Nein, das habe ich nämlich beim letzten Mal gelernt. Ich wollte die Mädels vorher gar nicht kennenlernen. Das letzte Mal habe ich mir jede Kandidatin auf den Bildern angeguckt und war dann schon total voreingenommen bei der wirklichen Show. Heute werde ich jede auf der Bühne das erste Mal sehen und ich glaube, dann kann man wirklich am unbefangensten und freisten urteilen. Und nervös auch, wenn man so in der Jury sitzt und muss da entscheiden, wer wird Miss Germany 2017? Ich glaube, die Mädels werden sehr viel nervöser sein. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass wir was machen, was eine gewisse Verantwortung hat. Insofern nehme ich das sehr ernst. Für mich kann ja nichts passieren. Also nervös bin ich nicht. Ich freue mich sehr drauf. Okay, dann schönen Abend und herzlichen Dank fürs Interview. Euch auch. Schönen Abend noch. Danke dir. Ciao. Tschüss.